Hallo, ich bin Alina Fehrer von Holzport Salat. Heute möchte ich Ihnen unsere Ovali Bowl PBO 36 vorstellen, die sich ideal als Pastateller nutzen lässt. Eines kann ich Ihnen versprechen, die Ovali Pasta Bowl hat es in sich. Den besonderen Funktionsanspruch dieser Pasta Bowl werde ich Ihnen heute anhand eines praktischen Beispiels in diesem Video erläutern. Pasta geht immer. In den verschiedensten kulinarischen Variationen ist die Pasta aus der Gastronomie heute nicht mehr wegzudenken. Dementsprechend gibt es auch viele schöne Pasta Bowls. Aber unsere Ovali Bowl überzeugt durch Schönheit und Funktion. Mit seinen 36 cm und seiner ovalen, leicht geschwungenen Form ist unser Ovali Teller bei vielen Gästen ein absoluter Eye-Catcher. Mit seinen 28 cm in der Breite lassen sich unsere Ovali Teller auch ideal voreinander auf kleinen Tischen gegenüberstellen. Aber der größte Unterschied im Vergleich zu anderen Pasta Bowls liegt im Verhältnis von Größe und Volumen. Durch den leicht angestiegenen Tellerboden ist das Fassungsvermögen dieses Tellers erheblich gesenkt. Eine große Anrichtefläche mit einem Füllvolumen von 0,5 Liter ist bei diesem Teller durch den geschwungenen Bogen und der damit verbundenen kleineren Fassungsmenge auf jeden Fall gewährleistet. Riesige Wirkung mit geringem Wareneinsatz. Aber nicht nur mit Fakten. Auch anhand eines Beispieles möchte ich Sie von der Funktionalität unserer Ovali Bowl überzeugen. Viele Kunden sagen zu mir, hey Frau Fehlbach, das kann doch nicht sein. Dieser Teller ist doch viel größer, da muss doch auch mehr reinpassen. Ich überzeuge Sie jetzt von dem Gegenteil. Hier haben wir einmal unsere Ovali Pasta Bowl. Ich habe hier ein kleines Experiment vorbereitet und dazu Gläser mit Wasser gefüllt. Und mal schauen, wer recht hat. Ich fülle also das Wasser hier rein. Und Sie sehen, schon mit einem Glas ist der Teller fast voll. Aber ich nehme noch ein zweites Glas. Und hier wird es schon knapp. Das ganze Glas kann ich gar nicht reinfüllen, damit der Teller strichvoll voll wird. Hier haben wir einmal einen Hannes-üblichen Pasta-Teller. Und mal schauen, wie viele Gläser an den reinpassen. Eins. Zwei. Ich muss aber noch ein drittes Glas nehmen, damit der Teller überhaupt strichvoll voll wird. Ja, zweieinhalb. Ich hoffe, ich konnte Sie in diesem Video von der Funktionalität unserer Ovali Bowl als Pasta-Teller überzeugen. Aber in diesem Teller lässt sich nicht nur Pasta schön anrichten. Salatvariationen oder üppige Nachspeisen sind in diesem Teller auf jeden Fall ein Hingucker. Und falls Sie auch so ein Mensch sind wie ich, der sich nicht entscheiden kann, im Restaurant, was nimmt er? Oder Spaghetti Bolognese oder Spaghetti Carbonara, haben wir in unserem Sortiment die ideale Lösung dafür. Segment-Teller. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Alina Fehlbach.